wir spielen minecraft aber alle 30 kunden passiert chaos können wir schaffen diese welt zu überleben und gegeneinander zu kämpfen los geht's ja drei sekunden chaos und wir dürfen die leute das ist los ja geht los in neun sekunden gott das war ich schon mal die tolls mal gucken dass man die ich werde gerade fast verbrannt mein gott die man die es nein wo hast du die es die es in emeralds die es in emeralds und krasse rainbow cookies hallo hallo du hast keine dings bekommen das sind rainbow cookies das bringen die ah damit kannst du schnell abbauen ahja ok ehrlich ja oh mein gott oh nein was ist die jetzt karotten was kommt oh nein was bringen die hä die sind süß die sind doch ganz süß die sind echt mega süß hallo kleine karotte kann man denen was machen äh bro die sind nicht süß die sind böse die nicht streicheln er war nicht abgedingst hast kommt nicht reicheln nicht reicheln ich bin wirklich nur alles entspannt hier aua alter hau ab du blöde karotte ich habe dir nichts getan nein lass mich in ruhe du karotten nein oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin im battle bus ich droppe ich sehe es was was ist da gerade passiert oh mein gott es regnet zittenfische pass auf was die war mit mir im bus das nächste passiert schon in 6 sekunden naja das nächste chaos ding oh oh ich brauch stein ich brauch stein ich muss mir unbedingt du siehst nämlich was ich sehe nämlich ja oh nein oh nein das ist donner oh nein alter hilfe okay pass auf ich hab ne idee wir sammeln jetzt einmal am besten erst mal ein bisschen äh bisschen holz für gleich falls er halt irgendwelche irgendwelche krassen diamanten oder so bekommen das war halt gruselig da aus dem raum rauszukommen so ich weiß ich weiß ich weiß so jetzt habe ich nämlich genug holz für eine crafting bench für sticks was hey was kriegst du oh mein gott hier sind vögel ich hab extreme speed guck warum ich schnell bin was warum bist du denn zu schnell neee alter ich bin gleich schon am nordpol hier sind iglos was hä hier sind iglos warum bist du so schnell okay mein nächstes event was krieg ich oh was bekommst du oh mein gott du hast den regenbogen bekommen wie cool ist das denn und da sind nämlich auch die wie kann einer so drauf sein wie kann man so drauf sein dass man seinen freund diamanten klaut du hast trotzdem den weißen diamanten bekommen oh mein gott was war das gerade ey oh mein gott ich hab deins bekommen oder warum hast du meins bekommen geper ne volle dia rüstung geper das ist meins geper das war für mich das war für mich bestimmt das ist meins wieso hab ich das bekommen geper jetzt her damit oh der kleine vogel geper damit her mit meiner dia rüstung her mit meiner dia rüstung her mit meiner dia rüstung her damit wir teilen fair nein nein her damit wir teilen fair so wie du mit mir dings teilen wolltest oh gott nein neues event oh nein ja hilfe hilfe jetzt brauchst du meine hilfe hilf mir raus hilf mir bitte raus bro dass du so drauf bist er kann so sein er spielt so ich weiß wir behalten aber das inventar das war's jetzt mit dir alter warte ich baue grad schon das ding ab hier wenn ich du wär wär ich würde ich laufen ich kann dich nicht hin ich kann dich nicht hin Digga das ist unglaublich du hast irgendeinen sauber dran getrunken du die magischen cookies tja dass du so spielen musst ne die bringen items dass du einen freund so dass du einen freund so ja gib mal meine dir rüstung wieder ja hier ich geb dir die dir ich geb dir die wo denn her damit her jetzt was machst du denn nö weißt du was ich mach mit der ja brenn die jetzt ich hab jetzt deine blöde dir rüstung und zwar hier ne pyramide ey hier ist spongebob hier ist spongebob einfach wie cool ist das denn alter was denn hier oh Gott ich hab mich in die Falle gelockt hier ist ein Kart hier war ein Kart speed 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 oh ich hab Kekse ich hab Kuchen hinter mir Hilfe 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 hier ist noch ein Regenbogen was machst du denn ich hab Kekse ich hab Kuchen hinter mir bitte mach das weg mach das weg mach das weg als ob hör auf zu rennen hör auf zu rennen du machst die ganze Welt vor der Kuchen Hilfe du wolltest uns das wegmachen weil du mich schon wieder gekillt hast weil du mich schon wieder gekillt hast ich hab's weggemacht blöder Kröter ne sag mal ah ja ertrink ertrink ah ah heiß ja du ertrinkst jetzt das brodelnde Wasser du du bist ein Wasserkocher gefangen ja du baust dich da nicht nach unten ab alter du baust dich da nicht nach unten ab hey was machst du denn ach man ich bin mit reingefallen verdammt warte ich will jetzt den Weg raus so hast du immer noch einen Kuchen hinter dir oder was oh Gott ey oh Gott ne ne hab ich nicht ich hab jetzt immer irgendwas bekommen oh du hast was von mir bekommen danke oh mein Gott ich hab ein halbes Herz und ein halbes Herz oh das wird mir belastet stell dir vor du wirst von einem Knochen geholt NEIN Das nächste Event haben wir jetzt in vier Sekunden. Mal gucken, was ich bekomme. Komm schon. Es regnet Frösche. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Es regnen echt Frösche. Es regnet einfach Frösche. Ey, hier ist so viel Kuchen. Hä? Wie weit ich kann? Hä? Wie weit kann ich? Einfach ein Kuchenturm. Jetzt habe ich den Glitch gefunden. Ah! Was ist? Wie cool ist das denn? Was ist los? Bist du ehrelos. Bist du ehrelos. Hä? Du bist vom Falsch an. Was kriege ich? Hä, ich habe nichts bekommen. Wie war das? Alter, eine Piglin-Party. Was geht denn hier ab? Die Errüstung verzaubert. Was? Jawollo. Jawollo. Warum denn Full? Alter, die Piglin-Party. Absolute Piglin-Party. Yeah, 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 yeah. Ey, lass mal da hinten zum Haus. Siehst du das da rechts? Oder da hinten links? Äh. Ja, ja, okay. Lass mal da hinlaufen. Lass mal da hinlaufen. Abfahrt. Abfahrt zu den Häusern. Alter. Mein, das ist in drei Sekunden. Mal gucken, was ich bekomme. Was kriege ich? Was kriege ich? Oh, es regt eine Frösche. Okay. Oh Gott, was bekomme ich? Und? Oh! Die tanzen den Karotten. Das hätte ich nicht gemacht. Was? Hör mal auf, hier meine Karotten zu killen. Ich weiß nicht, was du meinst. Alter, wie krass ist das denn hier? Voll die krasse Insel. Hier gibt es doch Lucky Blocks noch irgendwo. Ja, locker. Hier sind Kisten. Hier sind bewachte Kisten. Wie bewachte Kisten? Dias. Was? Dias, ohne Ende. Nein, war Chester. Es sind nur Suppen drin. Funkelnde Melone. Oh, war der Keks weg? Das tut mir aber leid. Oh, was mit deinem Keks? Okay. Glück gehabt. Glück gehabt. Wir gehen aufs Eis hier. Was ist denn da hinten noch? Oh nein! Wo denn? Ich habe einen Strudel. Wie ein Strudel. Hört ihr mich? Hier ist ein Strudel nach ganz unten. Oh mein Gott. Wenn du mich wirklich magst, dann nein! Kasper. Hä? Was ist denn das Strudel? Hä? Ich bin ganz unten auf dem Boden von Minecraft. Hä? Als ob? Bist du bei Bedrock oder was? Warte hier. Minecraft. Fahr nach oben. Bitte. Danke. Nein. Nein. Ich habe gerade was. Ey! Ein zweites Mal habe ich es bekommen jetzt. Ich habe gerade meine Cookies geworfen. Gut, dass du nicht genommen hast. Ha! Ich bin raus. Bitte. Hier bei dir. Du bist ja schlecht. Du bist ja schlecht. Blöcke bitte. Ich sehe dich ja nicht mal. Ich sehe dich ja nicht mal. Ich sehe dich ja nicht mal. Ich bin einfach neben dir. Hier bin ich. Unter dir. Hinter dir! Hinter dir! Oh mein Gott. Hinter dir! Pass auf. Guck mal. Die fighten. Die fighten. Die fighten noch nicht. Hä? Oh nein. Ah! 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 Du hast mich gekillt. Ja, weil... Weil du mich holen wolltest, ne? Oh. Komm, PvP. Eins gegen eins. Der gewinnt. Wo bist du? Du bist auf Full Dia. Ah! Du auch. Oh Gott. Nein! Oh mein Gott! Ich habe die auf ihn! Alter! Oh mein Gott! Die Wildschweinehorde greift nicht an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat gesessen! Der sitzt! Nein! Der sitzt! Da wurde Full Dia und verzaubert! Oh Gott! Full Dia und verzaubert! Warte! Ich bin hier so am Kekse essen! Hä? Ja! Du hast hier auf dein Leben geachtet oder so, glaube ich! Ich hatte volles Leben und du hast mich mit einem Schuss geholt! Ah! Bro! Two hits! Okay, komm! Finale Runde! Finale Runde! Okay, let's go! Oh! Iiii! 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 Alter! Oh Gott! Hä? Ein Schlag! Okay! Weil ich Stärke habe! Ich hatte auch Stärke, aber ich konnte ihn nicht hauen! Ich konnte ihn nicht hauen! Das ging immer nicht! Du bist gar nicht gut genug! Du bist halt immer zu schlecht! Entschuldigst du noch mal! Du willst noch mal! Ja! Zweimal! Juhuu! Ja! Komm her! Mann! Ha! Der ist so schnell! Oh mein Gott! Ich bin weg! Komm rein! Komm her jetzt! Wo bist du sie stellen? Okay, ich komm! Jo! Oha! 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 Ja! Jaaa! Na gut! Ich bin im Kuchen jetzt auch gefangen hier drin! Na ja! Sehr gut! Was geht ab Casper? Was geht? Heute spielen wir Minecraft mit Superschneebellen! OP Schneebälle! Mit Custom Schneebellen? Okay, warte mal! Wie kann ich mir das vorstellen? Was? Wir haben hier... Was ist das denn? Feuerwerk Schneeball? Jaja! Okay! Das ist ja richtig krass! Warte mal! Das heißt, wenn ich den jetzt auf dich werfe, müsste dann Feuerwerk kommen oder was? Das heißt, so... Wow! Alter! Alter! Wie cool! Warum ziehst du denn Feuerwerk hier in einem Haus drin? Komm, lass mal runter gehen hier! Alter, sag mal! Okay, das war schon mal einer! Alter, hier liegt noch einer! Oder hier sind so Diamanten, die schnappen wir erstmal ganz kurz. So normale Schneebälle! Nimm dir alles mit! Nee, Diamanten-Kunstmarkte brauchst du für einen Schneeball, um selber einen zu craften! Ach so! Okay, warte! Kunstmarkte brauchst du sowieso für die Villager später! Pass auf, guck mal! Ich hab nen random Schneeball! Guck mal, pass auf! Okay, mach mal! Oh! Was war das denn? Was ist das? Eine Sonne einfach nur! Okay, warte mal, warte mal! Ich hab den Regenschauer-Schneeball! Ich schmeiß den jetzt mal hier auf den kleinen Willi! Pass auf! Und los! Oh! Oh mein Gott, der Arme! Oh! Der kleine Willi! Das war Schneeschauer! Willi! Aber, wir können ja auch hier so Kisten finden! Sehe ich gerade! Ich hab den Hacker-Schneeball! Alter! Der sieht krass aus! Ich hab nen Lucky Block-Schneeball! Was? Was?! Ja, ja! Wie soll das denn funktionieren? Und hier so ne Axt! Aber ich hab ne Uhr! Schneeball! Guck mal, warte mal! Ich hab ne Uhr jetzt hier! Mit der Uhr! Kann ich die Uhrzeit lesen! Ne, ist kein Schneeball! Das ist der Lucky Block-Schneeball! Dann mach ich mal den Hacker-Schneeball hier! Du hast was bekommen da raus! Gib her! Oh, Bro! Was soll ich denn? Ich bin fast rot! Oh mein Gott! Ich hab ein Neverride-Schwert bekommen! Oh! Oh, Mann! Oh! Mein Schwert hat 14 Angriffsschaden, ne? Alter! Ja, das hab ich gemerkt! Das hat auch weh getan! Damit kann ich die Villager töten! Bam! 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 Ach ja, stimmt! 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 Du hast recht! Das ist ein Pinguin! Hä? Pingu! Oh nein! Der Arme, Bro! Der Arme, Alter! Der hat mir die R genommen! Okay, was mit dem hier? Ich hab immer noch so krasse Fähigkeiten! Lass mal ein bisschen erkunden! Also, es gibt halt mega, mega viele Schneebelle! Deswegen, dass ich es noch gar nicht so viel gesehen habe! Ja, guck mal! Hier gibt es... Oh mein Gott! Was? Ein Villager-Schneeball? Ein Villager-Schneeball? Guck mal, guck mal! Ich hab jetzt Diamant-Rüstung! Hier, ein Diamant-Helenn! Ah! Nicht schlecht! Und? Tut das weh? Ich hau dich gleich, ne? Mit meinem Neverride-Schwert! Okay, schmeiß mal den Villager-Schneeball hier auf mich! Äh, okay! Oh! Wow! Weg mit den! Bam! Okay, du hast recht! Okay, ich hau nicht mehr auf die! Tut mir leid! Die verbrennen jetzt trotzdem! Und alle tot! Oh nein! Das brennt... Das Haus brennt oben, sehe ich gerade, ne? Oh Gott, du hast recht! Du hast recht! Okay, wo haben wir noch mehr Schneebell? Ich will noch ein paar cooler machen! Komm mit! Hier in dem Haus! Hier in dem Haus ist eine Kiste! Mit... Oh mein Gott! Neverride-Hose, Trank der Heilung und voll viele Diamanten und sowas! Ey! Wieso kriegst du da sowas cooles? Und normale Schneebell... Hallo! Ey! Ja, war ja klar, dass du mir nichts drin lässt hier, Alter! Weißt du, wie dein Ego ist, Alter! Was soll das denn? Hallo! Ich hau dich gleich kaputt mit meinem Neverride-Schwert, ne? Hier oben ist noch eine Kiste! Hier gibt es wieder Smaragda und eine Schaufel! Sehe ich gerade, ne? Schaufel sind mir auch nicht schlecht, ne? Ist gar nicht! So, ich sortier mal ein bisschen mein, äh... Mein Stuff! Na gut! Na gut! Wollen wir noch mehr Schneewelle? Hier in dem anderen Haus vielleicht? In dem großen hier? Äh, ich hab noch... Ich hab noch zwei Stück, die ich gar nicht geworfen hab, ne? Ach so! Ach so, okay! Hier noch zwei Stück, die ich gar nicht geworfen hab! Hier so eine Kiste, die mach ich mal auf! Oh! Netherite-Stiefel! Na gut! Ach so, warte! Ich komm kurz, weil ich will einen neuen Schneeball! Ich hab nämlich einen Regenbogen... So einen Regenbogen-Schneeball! Guck mal! Okay, schmeiß mal! Auf den Pinguin! Oh! Hä? Was war das denn? Und ich hab noch einen Emerald-Schneeball! Oh! Oh! Emeralds! Ganz viele! Zum abbauen! Ja! Hallo! Mach gar nichts! Hör, Bro! Dass du immer so übertreiben musst! Nee, weißt du? Digga, jetzt sterbe ich wieder! Mann! Nein, du gehst nicht drauf! Oh! Natürlich geh ich drauf! Hier liegen deine ganzen Sachen! Lass mal weiter gucken, weil es gibt noch viel, viel mehr Kisten! Und zwar gibt's hier vorne sogar direkt zwei Kisten sehe ich hier grad, ne? Ah! Guck mal hier! Oh mein Gott! Es gibt Enderaugen! Oh mein Gott! Ich hab einen richtig coolen Schneeball! Hier war aber kein Schneeball drin! Hier sind Enderaugen, sehe ich gerade! Der Farm-Schneeball! Lol! Farm-Schneeball? Okay, warte mal! Ich schmeiß den mal, okay? Bist du bereit? Ja, schmeiß mal den Farm-Schneeball! Ich schmeiß den mal hoch! Und da oben fliegt! Siehst du ihn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Buh! Oh, was? Yeah! Jeder hat ein Pferd bekommen! Touch you! Oh mein Gott, die machen Liebe! Die machen Liebe! Hä? Die machen Liebe! Glaub ich! Wir laufen weiter, wir laufen weiter! Da vorne habe ich nämlich was gesehen! Ist noch ein riesiger Höhleneingang! Die Mühle, siehst du da hinten! Auch eine riesige Windmühle sehe ich auch gerade, ne? So, hier hinter ist aber keine Kiste mehr, ne? Doch da unten ist einer! Ah! Gut gesehen! Mit einer Angel und einem goldenen Apfel! Aber keine... Kein Schneeball mehr! Okay! Guck mal, jetzt kann man... Jetzt kann man das immer so machen! Das Ding ist, wir können uns... Ich weiß nicht, ob du... Alter, rauf! Rauf! Wir haben einfach mal ein Rezept! Hier ein Zauber... Ein Zauberbuch, wo alle möglichen... Ein super Schneeball-Guide, ne? Okay! Genau, genau! Wo alle möglichen Dinge einmal drin sind, alle Schneeballe! Ah, das heißt, wenn wir nicht bei mir ist, das ist so eine Zauber, das kann ich wegwerfen! Da! Hier können wir hochgehen! Jetzt ist der Leiter! So, ich geh mal nach oben! Ah ja, okay! Sehr gut! Hier! Hallo! Zack! So! Hä, warum komm ich hier nicht hoch? Jetzt! Aua! Hör doch auf! Hallo! Lass es doch! Ich bin fast tot! Unglaublich, Alter! Oh mein Gott! Und hier ist ne Kiste! Ja, komm! Ich stopp den Heilungstrank! Hab ich doch schon! Oh Mann! Hier ist nur ne Netherite-Spitzhack, aber nicht ein Schneeball! Kein Schneeball, aber wir haben Lapis! Lapis kann man vielleicht nutzen fürs Verzaubern, ne? Und hier vorne irgendwo, ist da noch irgendwas? Äh... Weiß ich nicht! Ich wusste es! Ja! So! Anderthalbherzen, Bro! Was ist denn hier für ein krasser Mieneingang? Hier ist doch ne Hüte! Hier finden wir locker noch mehr Schneebälle! Oh! Was? Alter! Yo! Wie viel... Wie viel Erd... Diamanten und sowas! Ja, ja! Wie krass sieht denn das bisschen aus! Ja, Mann! Das ist ja richtig krass hier, Alter! Alter! Sehr stark! Hier ist ein kompletter Bahnhof, Bro! Hä? Hier sind doch so Spawner! Hier ist ne Kiste! Hier ist ne... Aber hier sind keine Schneebälle drin! Hier ist sogar so ein Netherportal! Oh! Die Diamantschaufel ist da drin, aber es ist keine, äh... Au! Hä? Hast du mich geschlagen? Nein! Oh mein Gott! Da ist ein Ding-Spawn! Ding-Spawner! Warte mal, ich kann es anmachen! Das Netherportal ist an! Okay, komm, wir gehen rein! Vielleicht finden wir da auch nochmal Schneebälle! Locker, locker, locker! So! Und los! Oh! Ich bin sehr gespannt! Mal gucken! Oh, das Gelände wird gebaut! Ja, hab ich auch! Raus, raus, raus! Oh mein Gott! Nein! Was hast du gemacht? Man spawnt direkt in Lava! Nein, tut man gar nicht! Alter, wo sind wir hier gerade, ne? Oh mein Gott! Alles einsammelt! Da drüben die Sachen auf die pfeife ich! So, hier drüben nochmal! Und hier! Das sieht hier ganz, ganz... Ich glaube, es sind keine Kisten, kann das angehen? Glaube ich auch nicht! Ich glaube, hier ist gar nichts! Warte mal, hier ist auch in diese Richtung! Jetzt einfach nur... Oh! Bro! Ich fall hier schon wieder rein! Hä? Wie schlecht bist du denn? Ich muss schnell zurück! Ich muss schnell zurück! Ich geh wieder nach Hause ins Dorf! Ja, wir gehen ins Netherportal wieder zurück! Ich habe nämlich jetzt ein Rezeptebuch, und wenn ich da rechts drauf mache, dann sehe ich die Schneebälle, die wir machen können! Also richtig viel! Ey, dann lass mal welche selber machen! Ich hab ja immer ja viele Ressourcen in dem Dorf! Ja, stimmt! Oh nein, ich sterbe, weil ich verbrenne! Oh nein! Oh, was? Warum brenne ich hier? Nimm mal meine Sachen mit! Nimm mal meine Sachen mit bitte! Ich seh die nicht! Ah, warte, die holen mich gerade! So, und hier die beiden Bücher! Das ist eher das Wichtige! Zack! Hier sind noch Diamantschuhe! Hier sind noch Diamantschuhe! Ah ja, korrekt! Danke! Hast du meine Nether-Schuhe geklaut? Korrekt, danke! Ja, hab echt! Kein Problem! Was ist denn das hier, Alter? Das sind Lava-Dinger! Dann können wir hier oben rauf! Geht das hier? Portal hier, ne? Oder nicht? Ne! Pass auf! Ich würde sagen, ich guck mal ins Rezeptebuch rein! Und zwar können wir hier... Ja! Du müsstest auch ein Rezeptebuch haben! Oh mein Gott! Wir können hier einfach welche selber herstellen! Ich ist noch eine Kiste! Ich ist noch eine Kiste! Komm her! Magma-Schneeball! Was ist da alles? Komm her! Ich ist noch eine Kiste! Und zwar... Oh, eine Diamantplatte und Diamantschwert! Von Never-Ride-Spezake! Kein Schneeball, ne? Nein! Wir müssen noch mal oben gucken! Oder die selber herstellen! Wir müssen noch mal oben gucken! Wir haben die oben, glaube ich, nicht gesehen! Das ist das Problem! Mal gucken, ob hier was drin ist in dem Haus! Ich kann mir gut vorstellen, dass hier noch eine Kiste ist, die wir noch nicht aufgemacht haben! Guck mal rein hier! Was sagt ihr hier? Es gibt aber keine Schneebälle mit dem, leider! Du mal oben! Ich guck mal hier in das Haus rein! Hier ist noch ein Kartentisch! Aber hier ist noch eine Kiste! Hier gibt es ein Zauberbuch! Und äh... Warte mal, ein Zauberbuch! Ich habe hier... Warte mal, was ist das hier? Dieses Haus wurde noch nicht gestaltet! Und Kuchen! Bro, hier sind so viele Sachen drin! Was ist das alles? Zeig mal! Haben wir noch mehr Schneebälle? 60 Glocken habe ich jetzt bekommen! 60 Glocken? Guck mal! Das Glockenspiel! Wie willst du denn mit Glocken machen, hä? Alter! Wie viele Glocken sind hier? Hier ist noch eine Kiste! Hier ist auch noch ein Zauberbuch für Mutsamkeit! Aber wir brauchen noch mehr Schneebälle jetzt! Wir müssen noch mal gründlicher gucken! Irgendwo sind hier locker noch Schnee! Ich weiß, ich weiß! Wie viele Villager sind hier bei dem Haus! Siehst du das? Bei welchem Haus? Bei mir hier! Guck mal wie viele Villager! Da sind ja locker 50 Villager drin! Oha! Ich muss mal kurz Platz machen! Ich muss kurz Platz machen bei denen! Weg! Geh mal rein ins Haus! Wie viele Villager sind hier! Alter! Hier ist ja eine richtige Party! Junge! Und hier oben? Zehn mal gelbe Wolle! Hier ist voll der Müll drin! Hier ist noch eine Kiste! Wo denn? Zau, Effizienz! Aber hier ist wieder keine Dings drin! Keine Schneebälle! Ich muss mal kurz hier was machen! Hier draußen ist auch noch eine Kiste! Warte mal! Zeig mal! Die ist aber auch leer! Oh man! Schade! Hier werden jetzt ganz kurz einmal! Einmal wird hier ein bisschen ausgeleert! Hier drin! Komm wir müssen weiter gucken! Hier ist noch eine Kiste! Hier ist auch nur eine Goldaxt! Hä? Lass mal hier ein bisschen in diese Richtung laufen! Ich glaube hier in diese Richtung geht noch was! Ok wo bist du? Da bist du! Ich komme! Da ist noch eine Kiste! Hier eine Schneebälle! Wie? Zeig! Hier zwei Stück jeder ein! Ich habe einen Kettenschneeball! Und was hast du? Ich habe einen Erdschneeball! Nein! Guck mal! Aber pass auf! Behalte jetzt mal in Zukunft! Wenn wir welche finden! Die Schneebälle! Ich würde sagen am Ende machen wir eine krasse Schneeballschlacht! Ok! Können wir auf jeden Fall machen! Wir gucken weiter! Hier bei dem Haus war ich ja eben schon! Hier! Warte mal bei der Kiste hier! Oh! Da sind drei Schneebälle drin! Was ist denn hier? Vier! Es sind vier Schneebälle! Jeder zwei! Wieso vier? Ich hatte nur einen! Hä? Es waren drei! Hä? Du hast... Achso war noch drei? Ich habe eingenommen! Achso ja ich habe zwei genommen! Ich habe einen Potion Schneeball! Hier komm! Du kriegst noch einen zurück! Jetzt hat jeder zwei! Jetzt ist es fair! Was ist das? Ein Kettenschneeball? Ein Kettenschneeball? Ja! Mein Villager direkt hier daneben! Hier guck mal hier in der Kiste! Zeig mal! Lol! Drei Stück hier! OP Schneeball! Ich habe jetzt drei Stück! Wie viel hast du? Ich habe vier Stück! Ich habe vier Stück! Komm wir gucken weiter! Ich habe einen OP Schneeball! Der sieht ja richtig verrückt aus! Okay! Hier ist noch einer am Schnee! Hier ist noch einer da drin! Ja! Hier sind zwei! Wasser und Magma! Yeah! Aha! Davon kriege ich einen, ne? Nee! Jetzt habe ich einen mehr als du! Hä Bro! Das höchste kriege ich davon einen! Ja! Okay! Komm! Ich gebe dir einen! Wo bist du denn? Hier vorne! Hallo! Hier! Gelbe Wolle! Siehst du mich? Hallo! Da ja! Ich sehe dich! Hier hast du dein Wasser! Du siehst es vielleicht schon! Wir sind hier nämlich! Lassen wir hier reingehen! Bei der krassen Schneeball Arena! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier ist sogar noch mehr! Eine Armbrust! Hier ist ein Goldapfel nur! Hast du nur mit dir drin gehabt? Hier ist nur ein Bogen und sowas! Hier ist klasse! Wollen wir hier über die rote Schwelle... Oh mein Gott! Muss man direkt mit dem Schneeball rechnen! Aua! So! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Das wäre ein Gefängnis gewesen! Das wäre ein Gefängnis gewesen! Aua! Alter! Ich gehe gerade drauf fast! Oh mein Gott! Ist schnell eine goldene Karotte! Du musst eine goldene Karotte essen! Oh mein Gott! Ich habe hier noch einen Schneeball! Einen Creeper! Und TNT! Shane Schneeball? Eine Uhr? Was ist das denn? Hä? Oh mein Gott! Ich habe gerade ein paar genommen! Warte mal! Geht das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mach euch die Arena kaputt! Oh mein Gott! Alter! Das war ein TNT Schneeball! Dann machen wir das hier! Und? Komm geh rein in den Kerker! Hau los ab hier mit deinem komischen! Schneeballschlacht! Wow! Ah! Alter! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Ah! So viele Schneebälle jetzt! Aua! Hör mal auf! Ey! Ich habe richtig krasse Schneebälle noch! Hey! Was war das? Was war das? Ich weiß auch nicht! Was war das? Feuer! Schneeballschlacht! Ich habe noch OP Schneebälle! Bah! Oh! Oh mein Gott! Nein! Regenbogen Schneeball! Der macht ja gar nichts! Was bringt der hier? Oh mein Gott! Ja! Nein! Nein! Du bist in Lava! Raus hier! Was? Oh mein Gott! Ich muss weg! Nein! Oh! Nicht einsammeln! Ja! Sammle ich einen! Was hast du denn noch für welche gehabt? Da ist noch einer! Batman Schneeball! Ah! Ah! Hör auf meine Schneebälle zu klauen! Komm mal! Ich hab mal! Finde ich echt unkorrekt! Zack! Wow! Oh mein Gott! Ich bin fast... Ein Herz! Was soll denn das? Ja! Was? Du gehst nicht drauf! Du gehst nicht drauf! Was hast du für eine Schneebälle noch gehabt? Bis hier ist noch eine Kiste! Toll! Ja jetzt hab ich gar keinen mehr! Wieso wirst du da auch planen oder was? Ich hatte vier Stück eben noch! Ja! Komm her! Trau dich doch! Trau dich doch! Ja mit deinem komischen Pfützen! Das hast du mir sogar... Oh! Ah ne! Weißt du was? Das war's! Eine blöde Schneebälle! Easy geholt! Ich hab auch Endeaugen! Hau rein mit meinem Endeaugen! Guck mal hier! Die werden wir jetzt schön weg! Lass mich hier in Ruhe! Ich bin jetzt sauer auf dich! Tja! Pech gehabt Kaspar! Echt den unehren Mann! Ich hab Pech gehabt! Das war's was für heute gewesen! Freunde wenn ihr von der Messe möchtet, lasst gerne ein Like und Abo da! Checkt hier das Video aus Leute! Einfach drauf klicken! Haut da rein Leute! Bis morgen! Ciao ciao!